Die Weiterung befasst insbesondere Asien, wo die Abdeckung verdreifacht um uns in Lateinamerika und um die Landkarten als 10 Uhr abrufbar sind. Laut Google Blog soll das Landkartenangebot in den kommenden Umgang mit den Datener die Lutensform verbessert werden. Außerdem sollen weitere Länder gesucht werden. Der Abend war wie jeder andere. Ich habe keine Lust aufzustehen. Ich habe keine Lust hier zu bleiben. Schon seit einigen Tagen habe ich dieses bedrückende Gefühl. Das macht mich traurig. Entschuldigung, hast du mal ein Euro für mich? Die Blicke der Menschen machen mich krank. Sie durchbohren mich, angekommen beim Verstand. Sie hindern mich daran, mich selbst zu finden. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin zu einer Summe von Erwartungen verkommen, in einer Welt voller Stress, Hektik und Ungerechtigkeit. Ich suche das wahre Glück. 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 In diesem Moment bin ich nah bei mir selbst. Doch ich suche weiter. Ich suche meinen Platz in der Welt. Meine Hoffnung zu erkennen steigt. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Und doch verstehe ich nichts von ihm. Und manchmal glaube ich, dass die Welt nur existiert, damit wir sie bewundern können. Dasニue Völkern Musik Vielleicht hatte er recht. Musik